Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Ladislav Wavro und ich bewerbe mich für den Studiengang Journalismus und Medienmanagement. Schon fast im Vierteljahrhundert lebe ich hier in Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei. Dazwischen wohnte ich mit meinen Eltern in Frankfurt am Main, wo ich auch Deutsch gelernt habe. Die Volksschule habe ich in Bratislava besucht. Danach ging es für acht Jahre hierher, ins Bundesgymnasium Neusied-Lamsee. Nach dem Gymnasium war ich noch ein bisschen unentschlossen, was ich weiter studieren wollte. Ich hatte schon Interessen in internationale Beziehungen, Dolmetschen, aber auch den Journalismus. Schon während der letzten drei Jahre am Gymnasium habe ich die Möglichkeit bekommen, für die Pressburger Zeitung hier in Bratislava als Fotograf zu arbeiten. Das war dann auch irgendwie der Kick für mich, den Journalismus zu studieren. Was mein Bachelorstudium betrifft, da war ich hier in Bratislava an der Akademie für Medien und Marketingkommunikation, wo ich all die drei Jahre auch als Chefredakteur beim Schulmagazin war. Mit dem Journalismusstudium habe ich auch eine neue Leidenschaft für mich gefunden. Die Kamera, oder besser gesagt das Filmen. Es macht mir irrsinnig Spaß und ich möchte mich in diese Richtung weiter profilieren, als Kameramann oder auch als VJ. Darum bewerbe ich mich an der FH. Darum bewerbe ich mich an der FH. Darum bewerbe ich mich an der FH. Darum bewerbe ich mich an der FH.